Bloodsport stammt aus dem Jahre 1988, hat eine Lauflänge von ca. 92 Minuten und eine Freigabe ab 18 Jahren. Regie führte Newt Arnold und Jean-Claude Van Damme spielt hier drin einen Amerikaner namens Frank Dux, der vom japanischen Martial-Artsmeister Senso Tanaka in der Kunst des Ninjutsu unterwiesen wurde, als er noch ein Jugendlicher war. Als Tanaka dann im Sterben liegt, reist Dux ihm zu ihr nach Hongkong, um dort am Komitee teilzunehmen, einem geheimen Vollkontakt-Wettbewerb, bei dem die Kämpfer aus aller Welt ihr Leben aufs Spiel setzen. Mit eiserner Disziplin kämpft sich Dux durch das Turnier, er hat nur ein Ziel vor Augen, die Arena als Sieger zu verlassen. Doch der Favorit Chong Li kennt keine Gnade mit seinen Gegnern. Zum 14. April 2023 veröffentlichte Cape Light Pictures Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme aus dem Jahre 1988 in zwei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Hier seht ihr Cover-Variante A und jetzt blende ich euch Cover-Variante B noch ein. Cover-Variante A ist in den meisten Online-Shops ausverkauft, trifft man aber noch vereinzelt bei der ein oder anderen Shopping-Tour im Markt vor Ort vor. Also lohnt sich wie immer, da auch noch den Märkten vor Ort einen Besuch abzustatten, falls man denn hier noch ein Mediabook davon wünscht. Wer hier kein Mediabook mehr erwischt hat, der bekommt ab dem 14. Juli die Chance, sich ein Steelbook in die Sammlung zu holen. Hier veröffentlicht Cape Light Pictures den Film ebenfalls in 4K Ultra HD plus Blu-ray in einem schicken Steelbook mit einem tollen Motiv. Da kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen. Und wir gucken uns jetzt erstmal hier Cover-Variante A gemütlich an. Bevor wir damit starten, beginnen wir aber erst einmal mit dem technischen Datenblatt. Haben auf der Rückseite den typischen Aufbau mit einer Inhaltsangabe, dann ein paar Szenenfotos, dann das üppige Bonus-Material. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Teilweise auch exklusiv produziert für diese Edition. Dann haben wir darunter die Credits sowie auch den Hinweis auf die technische Ausstattung der einzelnen Disc, der 4K-Scheibe und dann natürlich auch der Blu-ray-Scheibe. Dann haben wir hier dieses wunderschön gezeichnete Cover-Motiv. Oben drüber noch der härteste Kampfsportfilm aller Zeiten. Gut, die Zeiten haben sich natürlich geändert und auch die Sehgewohnheiten, das wird hier im Booklet, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, auch nochmal angesprochen. Das ist klar. Aber gemessen am Alter des Films und der damaligen Zeit war der Film schon richtig hart. Und wir gucken uns jetzt hier dieses Cover noch etwas genauer an, sehen, dass der Schriftzug hier oben mit Spotlack veredelt wurde im Hintergrund von Jean-Claude Van Damme. Ja, dann hier das Ganze ist natürlich etwas links geraten in die Falz hier mit rein, aber hätte man das Ganze etwas kleiner gemacht, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt besser ausgesehen hätte oder so. Ich denke mal, das geht auf jeden Fall in Ordnung und hier unten haben wir dann nochmal unseren Schriftzug hier schön veredelt, der sich wunderbar abhebt. Also ganz tolles, großartiges Cover. Dann haben wir hier den Spine, auch wieder typisch schlicht gehalten, schön laserlich in der Mitte, Bloodsport, das sieht wunderbar aus. Und wenn ich etwas näher rankomme, dann sieht man, dass auch hier der Titel etwas glänzend abgehoben ist, fühlt man auch, wenn man mit dem Finger drüber geht, ganz leicht. Sehr schön. Und auf der Rückseite haben wir ebenfalls nochmal ein richtig tolles Motiv und das ist dann auch das Motiv des Steelbooks und hier auch nochmal auf der Rückseite veredelt. Also da hat sich Cape Light Pictures nicht lumpen lassen, das sieht richtig klasse aus. Wenn wir das Media Book einmal aufschlagen, haben wir auf der linken Seite die 4K-Scheibe, die nimmt dieses Motiv hier auf, welches sich über beide Seiten erstreckt, also vom Innenprint rauf auf die Vorderseite des Booklets. Sieht ein bisschen unspektakulär aus, weil das Motiv hier hinten natürlich etwas in der Dunkelheit absäuft. Das sehen wir. Aber so als Gesamtmotiv geht das, denke ich, mal in Ordnung. Hier gucken wir uns nochmal die Verarbeitung genauer an. Auch das wie immer sauber, ohne irgendwelche Klebereste oder Fäden oder auch Risse. Das Booklet ist hier dann wieder reingetackert, aber finde ich nicht schlimm. Hauptsache es ist sauber und Hauptsache es hält. Papier haben wir wie immer, dieses Offset-Papier und hier sehen wir auch schon deutlich die Farbunterschiede. Man hat hier ein neues 4K-Master angefertigt, war mit dem ersten Master, das man bekommen hatte, nicht zufrieden. Da ist dann Cape Light Pictures nochmal selbst rangegangen und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Besser sah Blattsport bisher nicht aus. Also auch das natürlich absolut löblich. Wir beginnen mit dem Booklet-Text. Ein Text von Lukas Bawenzik, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und da haben wir ein richtig toll geschriebenes Booklet, vollgespickt mit Informationen und nicht so üblich aufgeteilt oder die üblichen Überschriften. Van Damme ist Legion. Hier geht es direkt um unseren Hauptcharakter. Da wird nochmal seine Karriere beleuchtet, welche Filme er gedreht hat, aber auch welche Serien. Wenn zum Beispiel Jean-Claude Van Johnson hier wird genannt und natürlich der Film von 2008, wo er sich selbst porträtiert hat und natürlich auch das Ganze mit einem Augenzwinkel gesehen hat. Das ist ja auch richtig cool, dass Van Damme das alles nicht so ernst nahm. Auch seine Karriere, da gab es ja auch einige Schwierigkeiten. Hier haben wir auf der Seite ein leider sehr unscharfes Bild. Ja, aber gut, wenn man nur so ein Ausgangsmaterial zur Verfügung gestellt bekommt, dann kann man auch nur dementsprechend das abbilden. Ja, wie gesagt, es gibt einiges zu erzählen zu Van Dammes Karriere. Hier werden einige Filme noch von ihm aufgezählt. Time Cop, Street Fighter und auch noch ein paar andere Anekdoten zu seiner Karriere und zu seinem Leben. Dann haben wir hier die Überschrift im Flieger mit Donald Trump und da gibt es eine ganz witzige Anekdote hier, die erzählt wird, nämlich dass Donald Trump ein glühender Fan von Bloodsport ist. Das hat ein Reporter mitbekommen, als er hier so ein bisschen den Lebensstil für sein Magazin von Donald Trump begleitet hat und darüber berichten sollte. Und er saß mit ihm im Flieger und dann hat man Bloodsport hier eingelegt, aber dann gleich vorgespult zu den harten Szenen. Deswegen hier auch diese Überschrift. Hier oben haben wir dann leider wieder ein etwas unschärferes Bild, aber wie gesagt, das liegt dann halt am Ausgangsmaterial. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Man sieht es hier dann auch wieder an Jean-Claude Van Damme. Weiter geht es mit Hongkong und Hollywoods Zukunft. Hier geht es zum einen um den Ort des Geschehens, nämlich Hongkong, wo dieses Turnier stattfindet, aber auch um Regisseure, die aus Hongkong kommen und dann Karriere in Hollywood gemacht haben oder zumindest dort ein paar richtig tolle Filme abgeliefert haben. In der Mitte haben wir ein doppelseitiges Bild wieder. Das gehört sich natürlich so. Und hier haben wir Jean-Claude Van Damme gegen unseren guten Bolo. Und das war ja ein wirklich krasser Typ und der macht diesen Film auch aus. Jeder Held kann nur so gut glänzen, wie auch sein Gegenpart ist. Und der gute Bolo hier ist halt ein echter Brocken. Ich glaube, der spricht fünf Wörter im ganzen Film. Du bist der Nächste. Und zum Schluss nochmal eins. Und das war es, aber er macht es hier aus und spielt halt so diesen Charakter, den man richtig hasst und wo man richtig dann hier eben mit Jean-Claude Van Damme und ja, ohne großartig zu spoilern, was da noch passiert im Verlauf des Films mitfiebert, dass er ihm hier dann in die Schranken weist und auch besiegt. Dann haben wir den Part Der Mann mit der Augenklappe. Hier geht es um den Regisseur, der insgesamt nur drei Filme gemacht hat. Bloodsport war sein letzter. Und dann hat er weitergemacht als Regieassistent. Hier wird aber hier dann noch einiges zu seiner Karriere beleuchtet und besprochen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Man kann echt ein Trinkspiel daraus machen. Ja, wie oft hier Bloodsport erwähnt wird. Also allein auf diesen zwei Seiten fünfmal, eins, zwei, drei, vier, fünf und davor auch ein paar Mal. Weiter geht es aber dann mit Schöpfungsgeschichten und hier geht es um den kanadischen Kampfkünstler und Choreografen Frank Dax, der bis heute behauptet, als Undercover-Agent für die CIA aktiv gewesen zu sein und als erster Amerikaner ein geheimes Kampfsportturnier gewonnen. Und deswegen gibt es auch vor allem in Deutschland den Zusatz hier basierend auf Wahnbegebenheiten. Aber ob das alles wirklich so war oder nicht, das dürfen wir selbstverständlich gerne bezweifeln. Dann haben wir noch den Abschnitt Mortal Kombat, Bushido und Sequels. Mortal Kombat ist ja eine Spielereihe, die sich auch dem Thema Kampfsport, Kämpfe, Kampfturniere widmet. Dann haben wir noch Bushido hier, der auch einen Song gemacht hat namens Bloodsport, meine ich. Und auch Farid Bang hat Frank Dax hier in einem seiner Texte verewigt. Außerdem haben wir dann noch den Hinweis über die Fortsetzungen. Das wusste ich selber nicht, dass es insgesamt vierteile gibt. Bloodsport 2, 3 und dann einen vierten Teil. Also ihr seht es, der Autor, der gute Lukas Bawenzik, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, der hat sich hier richtig Mühe gegeben, uns hier auch ein tolles Mediabook, ein würdiges Mediabook, besser gesagt, Text hier abzuliefern. Zum Abschluss haben wir dann auch noch seine Quellen und seine Danksagungen und auch nochmal unseren guten Van Damme hier in der Spagatstellung. Er macht ja den einen oder anderen Spagat. Das tut uns anderen vom Hinschauen schon weh, aber das zeichnete ihn ja damals aus. Das war sein absolutes Markenzeichen. Ganz hinten haben wir nochmal ein doppelseitiges Bild. Und hier nimmt dann die Blu-ray wieder das Motiv auf. Da das Ganze etwas heller ist, schaut auch hier die Blu-ray dementsprechend etwas besser aus. Darunter spielt sich nicht großartig was ab, macht aber nichts. Ich finde, das geht definitiv in Ordnung. Hier könnt ihr dann das Menü sehen und da läuft dann, wenn man die Scheibe einlegt, in den Player zuerst so wie eine Art Trailer ab. Und nebenbei hört man dann gleich diesen fantastischen 80er-Jahre-Sound. Wäre natürlich cool gewesen, wenn hier der Soundtrack noch mit an Bord wäre. Denn der Film lebt neben den Sprüchen aus den 80er-Jahren natürlich auch vom richtig coolen Soundtrack. Und den hört man dann speziell bei der deutschen DTS HD Master 5.1 Spur besser als in der Monospur. Das ist klar, die klingt einfach voller. In Englisch oder auf Englisch haben wir sogar noch eine Dolby Atmos Spur. Die klingt dann nochmal eine Spur besser, aber man darf hier auch keine Wunder erwarten. Es ist ein Film aus den 80er-Jahren, keine High-End-Produktion auch gewesen. Dementsprechend macht sich dann das auch final bemerkbar und auch hörbar. Für das Bild hat man extra einen neuen Scan vom Original negativ gemacht, einen 4K-Scan. Und wie gesagt, den hat dann Cape Light Pictures noch einmal bearbeitet. Speziell die Hauttöne kommen hier natürlicher rüber. Das sieht man auch, wenn in der zweiten Hälfte des Films das Turnier richtig gestartet ist und die dann alle oberkörperfrei gegeneinander kämpfen. Dann sieht man natürlich ein paar Blutspritzer. Besser in 4K als noch auf der Blu-ray. Und so muss man sagen, sieht Bloodsport richtig gut aus und so gut wie nie zuvor. Dann haben wir auch noch jede Menge Bonus-Material mit am Start. Und hier ist wirklich einiges geboten. Teilweise über 30 Minuten, über 45 Minuten, dann wieder 25 Minuten. Also da kommt man als Bonus-Material-Fan natürlich voll auf seine Kosten. Und die letzten Filmtipps runden dann noch das Sehvergnügen ab. Also alles in allem eine richtig tolle VÖ, die uns Cape Light Pictures hier ins Heimkino gebracht hat. Da kann man als Filmfan nur Danke sagen und sich schon auf die nächsten Veröffentlichungen, wie zum Beispiel Gesprengte Ketten, freuen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und Servus. Zum Beispiel Gesprengte Ketten. Vielen Dank.